Guten Tag, Herr Schauspieler. Ich möchte den Kanal YouTube über die Allmaine anbieten. Lektion 18. Hier ist die A1. Ich möchte den Tag wiederholen. Tagsablauf Oder Routine. Routine. Tagsablauf Morgens Ich stehe um 8 Uhr auf Aufstehen Ich stehe um 8 Uhr auf Ich stehe um 8 Uhr auf Frischstücken Ich putze mir die Zähne Ich putze mir die Zähne Ich dusche täglich Das ist gut, ich dusche täglich Ich wasche mir die Haare Ich wasche mir meine Haare Ich wasche mir die Haare Ich ziehe mich an Anziehen Ich ziehe mich an Ich ziehe mich an Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit Um 9 Uhr fahre ich zur Arbeit Mittags 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 Die Mittagspause Die Mittagspause Vahasana Nivro Die Mittagspause Die Mittagspause Die Mittagspause Um 1 Uhr esse ich zum Mittag Um 1 Uhr esse ich zum Mittag Abends 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 Ich mache um 17 Uhr feierabend 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 Ich gehe um 18 Uhr feierabend Ich gehe um 22 Uhr ins Bett Ich gehe um 21 Uhr ins Bett Ich gehe um 21 Uhr ins Bett Ich gehe um 21 Uhr Es ist eine See ventilующая Ich gehe um 22 Uhr cheierabend Ich gehe um 20 Uhr keliabend Ich gehe um 21 Uhr feierabend Ich gehe um 22 Uhr feierabend Ich gehe um 22 Uhr feierabend Vielen Dank.